Ja, Servus, hier ist der Frank von Giga und ich bin gerade bei der Firma Archos aus Frankreich und hier ist ein neues Smartphone, das 50D Helium. Das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Ja, Archos beehrt uns ja auf praktisch jeder Messe mit neuen Geräten, mit einem Schwung neuer Geräte. Das ist eins davon, das 50D Helium. Ja, kann man im Prinzip zusammenfassen wie ein Moto G, neuester Bauart, nur von einem anderen Hersteller und ein bisschen günstiger. Das 50D Helium hat nämlich ein UVP von 149 Euro und dafür kriegt man dann doch einiges geboten. Also wir haben hier erstmal ein 5 Zoll in der Diagonale messendes IPS-Display an der Front. Das gesäumt ist von unten kapazitiven Buttons, wird immer seltener. Hier sieht man es nochmal. Ansonsten haben wir hier eine Quad-Core-CPU drin von Qualcomm Snapdragon 410 und der beschleunigt das Gerät eigentlich ausreichend schnell. Wir gucken es uns mal von allen Seiten an. Also hier auf der rechten Seite haben wir hier unten den Power-Button, hier ist die Lautstärke-Wippe. Die Tasten sind auch sehr gut, muss ich sagen, haben einen angenehmen Druckpunkt. Auf der Oberseite hier ist der Micro-USB-Port, hier ist der Headphone-Jack. Auf der Unterseite haben wir nichts außer der kleinen Vertiefung für das Mikrofon. Auf der Rückseite, ja, das sind wechselbare Cover und Archos hat hier auch betont, dass im Lieferumfang gleich zwei Cover enthalten sind. Das sieht hier so ein bisschen aus wie das Sandstone Black Backcover vom OnePlus One und OnePlus Two. Das fühlt sich aber ein bisschen anders an. Das ist nicht so rau, das fühlt sich fast ein bisschen gummiert an. Finde ich persönlich haptisch ziemlich gut, weil man sieht hier keine Fingerabdrücke und das ist auch keine Nagelfeile in dem Sinne. An sich also wirklich so vom Design her gar nicht so schlecht. Okay, die Bezel hier an der Seite sind ein bisschen dick. Dafür hat man hier auch so ein etwas aufgesetzt wirkendes oder ein aufgesetztes Display. Gorilla Glass ist da drauf. Und ja, ansonsten technische Daten, 8 GB interner Speicher plus Micro-SD-Slot und Dual-SIM. Das ist allerdings kein kombinierter Dual-SIM-Slot, wie man ihn auch jetzt momentan immer häufiger sieht, sondern man kann zusätzlich zu zwei SIM-Karten auch noch eine Micro-SD-Karte einlegen. Ansonsten haben wir hier 4G drin, also LTE-Konnektivität. Eine 5 Megapixel Frontkamera auf der Rückseite 13 Megapixel. Das wird vermutlich so ein Standard-Sony-Sensor sein. Optische Bildstabilisierung darf man in der Preisklasse nicht erwarten. Ist hier auch nicht drin. Und der Akku hat eine Kapazität von 2100 mAh. Also gerade zum Preis von knapp 150 Euro, hier so ein Dual-SIM-fähiges LTE-Gerät zu haben mit insgesamt ja doch relativ brauchbaren Specs, das ist keine schlechte Sache. Archos bleibt also seinem Beruf treu, will ich meinen. Wir gucken hier nochmal schnell in die Android-Version. Das ist Android 5.1, also noch nicht 5.1.1, also noch nicht die allerneueste Version. Aber man hat uns hier gesagt, naja, Update-Pläne gibt es natürlich immer. Und was mir auch gut gefällt, da läuft Stock-Android drauf. So muss das sein. Das ist das Archos 50 D-Helium. Ich bin Frank von Giga. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.